Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser, sagen wir mal Restretto-Folge vom Einfach mal Kaffee Podcast. Ich bin der Horst und heute möchte ich aus gegebenem Anlass mal ein Wörtchen über die Macht der Wertschätzung verlieren. Das klingt vielleicht so, als würde ich jetzt dann gleich losmeckern. Das ist aber gar nicht der Plan. Nur finde ich oder hatte ich in letzter Zeit einfach, kam mir dieses Thema öfter mal in den Kopf und ich hatte Zeit darüber nachzudenken und deswegen habe ich irgendwie das Bedürfnis, dass diesem Thema mal ein bisschen Beachtung geschenkt werden sollte. Ganz besonders, weil es in jedem Kontext in unserem Leben unglaublich mächtig ist auch einfach und das natürlich dann eben auch im Kaffee, falls du dich fragst, was hat das jetzt mit Kaffee zu tun oder auch in der Arbeit mit Kaffee, wie auch immer. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, noch ein kleiner Werbeblock. Denn ab September kannst du mich und meine mobile Kaffeebar 2.0 als Kaffee-Catering für dein Event buchen. Wenn du also ein schönes Fest oder sowas planst oder einen Mittelaltermarkt oder Vanlife-Treffen oder ein Firmenevent in Aussicht hast, dann schreib mich am besten an unter info at einfach mal kaffee.com, alles zusammengeschrieben. Und ab September gibt es dann eben auch einen ordentlichen Weg wahrscheinlich über meine Website. Das ist aber gerade noch am Entstehen. Deswegen kann ich dir noch nicht genau sagen, wie das dann aussieht. Wie das gute Stück, also die Kaffeebar, dann aussieht und was man damit alles Tolles machen kann, davon kannst du dich auch außerdem am 30.09. bis 2.10. beim ersten einfach mal Kaffee-Camp im Epstein-Projekt selbst überzeugen. Da werden wir nämlich jede Menge Workshops machen, experimentieren, im Womo rösten, philosophieren, Kaffee trinken und auch gemeinsam am Lagerfeuer sitzen und, und, und. Vorbildung brauchst du dafür übrigens keine, nur einfach Bock auf Kaffee. Und wenn dir Campen im Herbst zu kalt sein sollte, dann kannst du auch teilnehmen, denn die Workshops finden ja tagsüber statt und irgendeine Möglichkeit für deine Übernachtung, ja, finden wir dann schon. Kreativ werden wir dich irgendwie unterbringen, wenn das interessant ist. In dem Fall schreib mir aber gern einfach mal, ja, was du so planst. So, aber genug davon, kommen wir jetzt mal zum Thema der heutigen Sendung, nämlich Wertschätzung. Wenn man sie gibt, dann, finde ich, motiviert sie wirklich bis zum Anschlag. Und genau andersrum, wenn man sie verweigert, kann sie auch demotivieren, wie eigentlich fast nichts anderes. Und dabei hat Wertschätzung ganz viele verschiedene Gesichter. Und sie wird auch von jedem anders wahrgenommen oder anders ausgelegt, anders erwartet. Ich finde, es hat auch ein bisschen was immer mit der Situation zu tun, in der sie gegeben wird oder eben nicht. Und genau, da wollte ich heute ein bisschen mit reingehen. Ja, es ist nicht direkt ein Kaffeethema, wie du wahrscheinlich merkst, aber naja, es spielt ein bisschen da mit rein. Ich habe mir für mich jetzt mal, als ich das so mir hier zurechtgelegt habe, die Folge, habe ich mir aufgeschrieben, dass es verschiedene Typen von Wertschätzung gibt, zum Beispiel die monetäre Wertschätzung. Das ist in meinen Augen mit Sicherheit nicht unbedingt die mächtigste, auch wenn das vielleicht von anderen auf den ersten Blick anders gesehen wird, aber auch erfahrungsgemäß ist das nicht die mächtigste, aber gleichzeitig dann doch eine wichtige. Und ich bin weit davon entfernt, zu sagen, dass Geld so super motivierend ist oder sein kann, aber zum gewissen Teil sollte es einfach da sein. Außerdem geht es mir bei der monetären Wertschätzung nicht unbedingt so um das große Reich, den großen Reichtum, sondern eher darum, dass die Arbeit oder das Gedankengut oder das Wirken anderer Menschen, dass man das einfach wertschätzen sollte, wenn sie es denn über den Weg von Geld, sag ich mal, wollen oder benötigen vielleicht auch. Das ist ja das andere. Also um das mal auf den Kaffee-Podcast hier runter, da ein Beispiel zu zu machen. Der Farmer, der ein Jahr lang für seinen Kaffee schuftet, der darf dafür natürlich auch Geld als Wertschätzung verlangen oder für gute Qualität auch erwarten, in meinen Augen. Das ist ja nicht nur eine Entlohnung für den wahren Wert, sondern natürlich auch für seine Leistung. Genauso auch der Kaffee-Betreiber, der wahnsinnig viel organisieren muss und unter Kontrolle haben muss, damit wir unseren leckeren Cappuccino trinken können. Der darf dafür natürlich auch etwas mehr verlangen als den reinen Warenwert, den er da einsetzt. Oder auch der oder die Barista, die eben dann den ganzen Tag sich die Hacken abrennt und jeden noch so unfreundlichen Gast anlächelt und versucht, jeden einzelnen Shot perfekt zu ziehen und gegebenenfalls vielleicht auch ein bisschen Latteart reinzaubert. Auch die hat am Ende des Monats in meinen Augen einen anständigen Lohn verdient, von dem man ja leben kann, am besten auch. Übrigens keine allzugängige Sache in dieser Branche. Ja, monetäre Wertschätzung geht beispielsweise dann als nicht Arbeitgeber, aber zum Beispiel über Trinkgeld. Ja, wer einen halbwegs guten Service bekommen hat, der sollte dafür dann eben auch Danke sagen. Also wenn es eben monetär ist, denn das ist einfach ein super Weg, das relativ ist, ist super leicht umzusetzen. Ja, aber man darf das auch verbal machen. Zu Trinkgeld habe ich eine eigene Folge gemacht. Wie gesagt, das hier nur am Rande. Und wo wir bei verbal sind, kommen wir eigentlich auch gleich zur verbalen Wertschätzung, weil das geht nämlich auch ziemlich leicht und ziemlich immer. Sie ist nämlich kostenlos. Spannenderweise wird sie aber trotzdem unglaublich selten gegeben. Vielleicht hast du auch schon die Aussage gehört, nicht geschimpft ist gelobt genug. Mir begegnet das öfter mal, diese Einstellung. Ja, viele Menschen haben es wahrscheinlich auch so erfahren in ihrem Leben, gerade in der Ausbildung. Aber ja, wir alle wissen, glaube ich, wie gut und mächtig so ein ernst gemeint ist. Gut gemacht. Vielen Dank. Einfach auch tut. Und das lernt man ja auch in jeder Form von irgendeiner pädagogischen Ausbildung. Aber eigentlich doch auch so irgendwie im eigenen Leben, oder? Also wenn du mal so in dich reinhörst, finde ich, merkt man das doch. Erinnere dich, vielleicht erinnere dich einfach mal zurück an das letzte Mal, als dir jemand gesagt hat, dass du was gut gemacht hast. Da bekommt man doch auch nachträglich nochmal ein gutes Gefühl. Schließ doch mal kurz deine Augen und überleg dir, also außer du fährst Auto. Manche hören ja den Podcast auch beim Autofahren. Dann bitte nicht die Augen schließen. Aber versetz dich mal in diesem Moment zurück. Und denk nochmal an dieses Gefühl, was dann kam. Versetz dich da doch einfach nochmal rein. Und wohlgemerkt, mir fällt, das ist ganz wichtig, dass es da, es gibt einen Unterschied zwischen einem dahingesagten Danke-Tschüss und einem echten Danke. Also auch in der Wirkung des Ganzen und in der Dauer von dem Ganzen. Vielleicht noch so ein bisschen als Hintergrund, wie ich jetzt auf diese Gedanken vor allen Dingen komme. Ich beschäftige mich sehr, sehr gern auch damit, wie Menschen aus anderen Ländern oder aus anderen Kulturen die deutsche Kultur eben wahrnehmen. Wenn sie vielleicht auch eine Zeit lang hier sind oder mal hier das Land bereisen. Einfach aus Interesse. Einfach, weil man so dann auch wahnsinnig viel über sich selber lernt oder auch über die eigene Kultur und über die Eigenheiten und Sachen, die man einfach als gegeben nimmt. Also nur so als kleines Beispiel mal ganz fernab davon. So Spezi. Kennt jeder Deutsche, aber der Rest der Welt nicht. Super deutsches Getränk. Ja. Und um wieder auf unser Thema von heute zurückzukommen. Wir Deutschen gelten als wahnsinnig direkt. Gerade wenn es darum geht, Fehler anzusprechen. Also in Deutschland ist es absolut in Ordnung oder sogar tatsächlich gewünscht, einen Fehler direkt anzusprechen. Ich mag das ja auch, wenn jemand einen Fehler entdeckt oder eine Meinung hat, wie man etwas besser machen kann. Wenn dann eine konstruktive ein konstruktives Feedback kommt, auch wenn es eben eine Kritik ist sozusagen. Kommt natürlich darauf an, wie man das, der Ton macht die Musik. Aber es ist gewollt, dass man das macht bei uns. Das ist nicht überall so. Was wir aber in Deutschland ganz oft vergessen, ist, dass zu einer Rückmeldung aber auch gehört, dass man sagt, wenn was gut ist. Und genau das wird einfach viel zu oft ausgelassen bei uns. Deswegen habe ich mir in letzter Zeit vor allen Dingen angewöhnt, auch einfach mal zu sagen, wenn mir was gefallen hat, wenn ich etwas wirklich gut war, wenn ich auf etwas stoße, was mir gefallen hat. Und dabei stoße ich eben auch ganz, ganz oft dann auf überraschte Gesichter. Wenn du im Alltag einfach mal sagst, hey, danke, das war echt gut. Vielen Dank. Da freuen sich die Menschen. Und ja, da sieht man dann, wie sehr Wertschätzung eigentlich wirkt. Und damit zeigt man ja auch Wertschätzung durch das Sagen. Aber man kann generell Wertschätzung natürlich auch noch anders zeigen. Und diese gezeigte Wertschätzung ist in meinen Augen wohl das Allerschwierigste. Weil man da so ein bisschen diesen Raum von, es geht nicht darum, dass ich das nur sage oder nur Geld zahle, sondern ich muss es wirklich zeigen. Und die größte Hürde dabei ist, dass man dafür am allerbesten mitdenken sollte und sich vielleicht sogar kurz in den anderen hineinversetzen muss. Oder ja auch in die Situation. Dass es im Einzelnen, also mitdenken und dann hineinversetzen, ist jeweils schon für manche Menschen eine riesige Herausforderung. Dann kommt auch noch dazu, dass gerade wenn es um Wertschätzung geht, eben auch noch so eine gewisse Uneigennützigkeit mit dabei sein soll oder eigentlich ein wichtiger Bestandteil auch davon ist. Das ist für viele Menschen offensichtlich wirklich, wirklich schwer. Nichtsdestotrotz kann man es üben, sollte man es ausprobieren. Es ist beeindruckend. Spread love. Genau. Aber wie kann man denn Wertschätzung zeigen? Habe ich mir ja noch aufgeschrieben. Als Beispiel könnte ich sagen, man kann ungefragt, vielleicht auch ohne Stempelkarte, das Café weiter empfehlen. Verlinken oder dem oder der Barista hinter dem Tresen die Tassen zurückbringen, obwohl sie vielleicht auf einem anderen Tisch standen. Oder sich in der Geschäftswelt vielleicht an Abmachung halten, auch wenn sie vielleicht nicht schriftlich festgehalten wurden oder sowas. Das sind Beispiele. Oder auch ein guter Tipp, schau in die Augen und lächel und zeig, wenn dir etwas gefällt. Auch auf der anderen Seite von der Bar zum Beispiel, wenn wir jetzt im Kaffee-Kontext bleiben, als Barista, kannst du natürlich Wertschätzung für den Gast zeigen, indem du nämlich das Getränk deines Gastes, also für jeden einzelnen Gast, dir wirklich Mühe gibst. Weil es ist vielleicht der 500. Cappuccino, den du an diesem Tag machst, aber es ist der eine, den sich der Gast gönnt. Und ich finde, der hat es verdient, da eben auch diese Mühe drin zu haben, die alle anderen 500 hatten. Aber auch auf der anderen Seite wirkt sich das natürlich aus. Als Barista hast du die Möglichkeit, die Arbeit des Produzenten, die er da reingesteckt hat, in diese wundervollen Bohnen. Ich meine, das ist ein wahnsinnig langer Weg, den diese kleinen Böhnchen zurückgelegt haben, bis dahin, dass du da einen Kaffee rausmachen kannst. All diese Arbeit kannst du in Wert setzen, indem du dich anstrengst, das zu tun und das Beste daraus zu holen oder tatsächlich auch kaputt machen. Ich finde, da ist ganz viel Wertschätzung für die Arbeit anderer Menschen auch drin, dass du dir da wirklich Mühe gibst, das Beste aus der Wohnung rauszuholen. Ja, und wenn du da draußen jetzt eben noch mehr Wege kennst, dann hau sie gerne raus. Ich bin immer offen für neue, gute Ideen, wie man auch zeigen kann, dass gute Sachen einem gefallen. Grundsätzlich denke ich auch, wir sollten alle aus auch ganz egoistischen Motiven heraus einfach auch bemüht sein, so ein bisschen Wertschätzung zu zeigen und zwar nicht anderen gegenüber, sondern uns gegenüber. Dem, was wir haben und dabei Achtung, ich spare mir jetzt sämtliche Abwärtsvergleiche nach dem Motto irgendwie, ach die Armen haben so wenig, wir sollten uns glücklich schätzen, dass, das ist Blödsinn in dem Fall. Das bringt vor allen Dingen niemand was, außer dass man sich selber vielleicht besser fühlt. Es geht mir darum, dass wir ganz oft wahnsinnig viel meckern und schimpfen und über Dinge, die nicht laufen, hauptsächlich darüber diskutieren und guck mal, die machen das falsch. Dabei wird aber ganz, dabei haben wir so viel Energie, die wir da reinstecken. Dabei übersehen wir dann ganz leicht, was eben auch alles wirklich gut läuft. Ganz simpel bei uns im eigenen Leben oder in unserem Job oder in unserer Familie oder ja, vielleicht auch in unserem Land. Ja, aber eben, wie gesagt, auch auf der ganz einfachen Ebene, vielleicht auch einfach, dass heute das Wetter schön ist oder Kleinigkeiten. Allein schon, und da kommen wir so ein bisschen rundig das Ding ab und es ist auch so, war mein Einstieg in das Thema allein schon, weil positiv denken, unsere Wahrnehmung der gleichen Sache viel, viel schöner macht. Und das mag jetzt nach einem philosophischen Ende klingen, war für mich aber tatsächlich der Einstieg, den ich beim Trinken einer Tasse Kaffee im Kopf hatte. Deswegen dachte ich mir, passt das doch wunderbar, zur heutigen Folge. Und ja, jetzt habe ich auch so viel über Wertschätzung geredet, wie man sie geben kann, wie man sie zeigen kann. Und ich bin mir sicher, ich habe ganz viel vergessen, worüber ich mich dann nachträglich ärgere. Aber ich glaube, ich kann mich auch drüber freuen, dass ich sie gemacht habe, weil es ist ein wunderbarer Moment, um einmal aufrichtig und fett Danke zu sagen. Wenn du nämlich mal auf die Folgennummer guckst, dann steht da heute das letzte Mal eine zweistellige Zahl. Und das ist einfach unglaublich, unglaublich abgefahren. Dein Weiterempfehlen und all die tollen wertschätzenden Worte, die mich erreicht haben in diesen 99 Folgen. Und auch dein fleißiges Hören vom Einfach mal Kaffee Podcast haben mich eben jetzt schon zu 99 Folgen motiviert. Mit 99 Folgen, 99 Blogartikeln, noch ein paar Sonderfolgen, keine Luftballons. Ja, auf jeden Fall, keine Ahnung, was da noch alles dabei war. Reisen, Veranstaltungen. Ach, viel ist, viel, viel ist passiert. Deswegen wollte ich heute diese Folge machen und auch mal ganz offiziell und fett Danke sagen für deine Wertschätzung. Und auch nochmal eine extra Schippe Dankbarkeit obendrauf geht raus an meine Steadyloids. Egal, ob du einen Monat dabei warst oder bist oder schon irgendwie die ganze Zeit. Ihr seid einfach nur der absolute Wahnsinn. Vielen lieben Dank dafür. Das ist nochmal, ja, wie gesagt, eine Schippe obendrauf. Und damit will ich dann aber auch eben diese Folge 99 beenden, damit sie nicht zu lang wird. Ristretto ist die schon lang nicht mehr. Aber gut, mal gucken, was so im, ja, dreistelligen Bereich auf uns wartet. In jedem Fall will ich dir an der Stelle nochmal das Einfach mal Kaffeekamp ans Herz legen. Wenn du da dabei sein willst, da freue ich mich sehr drauf. Und ja, ansonsten, ja, wünsche ich dir allzeit eine Handbreit guten Kaffee unter dem Kiel. Und sag, bis zur nächsten Folge der hundertsten vom Einfach mal Kaffee Podcast.